Alles, was du über das junge Alter gesagt hast und deinen Körper, glorifizierst du im Nachhinein, weil wir uns immer nur an das Gute erinnern. Nein, nein, nein. Aber man war doch trotzdem irgendwie mehr im Saft. Also das mit den Knien. Meine Freundin Vivian, die ist super schlank und macht seit acht Jahren Yoga. An der ist alles Muskel. Und trotzdem sagt die das Gleiche. Die sagt, sie hasst es, nackt Yoga zu machen, weil sie immer auf ihre Knie gucken muss und immer denkt, oh, was sind denn das für Lappen? Sieht aus wie ein Kamelknie. Ja, Quatsch. Und es ist bei ganz vielen Frauen so. Nein. Und früher hatten wir doch keine Kamelknie. Nein. Ladylike, die Podcast Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.